Ich trinke ja, also hast du Röder trinke ich ja so gut wie gar nicht mehr. Das ist mir jetzt schon wieder so... Ach, hör auf zu lügen, bloß weil jetzt die Kamera läuft. Warte, die Kamera läuft schon? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Heute gibt es das feinste 5,0 Original Pelz. Im letzten Video hatten wir hier das Allgäuer, wenn ich mich schon unterbrechen darf. Guckt euch mal das Video an. Hier unten links, rechts einfach anklicken, da wo der Pfeil hinzeigt. Und dann kommt er da hin, ist übrigens ein Goldbier gewesen. Ah, boah, jetzt hab ich's gesagt. Dann haben wir ein 5,0 Original Pelz, ein richtig gutes Bier. Steht hier drauf. Feinherb im Geschmack mit besten Zutaten nach deutschem Reinheitsgeburt gebraut. Für euren Genuss und Durst hergestellt. Was sollen die das denn wissen? In schwarz, weiße Dosen abgefüllt und weil es einfach gut ist, kommt das ohne Werbung aus. So einfach, so lecker, Bier und gut. Prost auf euch. Auf mich? Ja, danke. Danke nach Braunschweig. So, die haben sogar einen Fanshop. www.5-0-original.de Tja, also ganz ehrlich sagen, das spricht mich nicht an. Wieso nicht? Das ist eine Büchse. Gibt's davon nur Flaschen? Ja, nee. Wir sind nicht. Nee, ich auch nicht. Also ich hab keine gesehen. Na ja, vielleicht wollen die das ja genauso. Also meistens ist es ja auch praktischer, eine Büchse mit sich zu schleppen als eine Flasche. Aber ich find auch Flaschenbier viel leckerer und besser als Büchsenbier. Ich mag diese Metallische nicht immer. Ich hab immer so einen Metallischen hier schmacken nochmal drin. Ja, kann passieren, ja. Wir werden sehen. Auspacken oder wegpacken? Eine andere Bier hinpacken, ja. Hm, was denn? Na ja, ein. Okay. Warum sucht die Augenflucht? Warum ist denn der jetzt so dreckig hier? Genau. Wahrscheinlich, weil du jetzt schon wieder gierig warst. Du konntest das einfach nicht aushalten. Hast du das gehört? Schau mal. Da ist er. Pass auf. Also ich hab schon mal das rote davon getrunken. Das schmeckt gar nicht so schlimm. Ja, das ist aber das schwarze. Ich weiß auch nicht, warum das. Aber gut. Ich glaube, jeder kennt das rote davon, von 5,0. Aber ich hab noch nie das schwarze gesehen. Ja, ich hab dir mal die schwarze gesehen. Das ist halt eins. Ach so? So, also das sieht schon mal gut aus. Das sieht besser aus als das Büchle, wie das davor. Nee, find ich nicht. Guck dir mal den Schaum an. Ja, ist doch gut so. Ja, aber der könnte ein bisschen schaumiger sein. Ist ja nicht feinblasig genug. Nicht dickblasig genug. Na, sag mal halt. Drei. Da sind wir dabei. Mal sehen, ob das prima ist. Hast du das gehört? Uwe, was? Da hab ich ja gar keine Lust mehr zu trinken. Wieso denn? Warte mal. Ich bin da mal mühe. Im Keller klingt es dumpf. Pink ist trompf. Wenn man nicht aus dem Glas ein Glas trinkt, dann riecht man nur wenigstens was. Na ja, das riecht wie der typische Penner-Bier. Ach, hör mal auf. Nur ganz leicht abgestanden. Oh, na ja. Also ich schmeck da nicht. Das versackt. Ich schmeck nur eine Säure. Säure und Kohlensäure. Also Kohlensäure schmeck ich. Ja, das wäre jetzt schon mild. Hätte ich jetzt ja nie gedacht. Schmeckt da auch keine Büchse raus, muss ich mal sagen. Naja, ist ja auch aus dem Glas. Schmeckt mir da nicht so schlecht, muss ich mal sagen. Mehr nicht. Was hast du denn? Sieben oder acht. Dann nehmen wir eine acht. Kann nur sein, dass ich den Geschmack vom letzten Bier noch... Hast du die Preise bei mir? Ich glaube, ja. Hab ich. Mal einen Nachtrag, wie viel das Blühne Bier auch gekostet hat. Ja. Am besten so, dass das Bier nicht drauf ist. Oh, warte. Der Dicke bewegt sich am Schuppen jetzt. Der Dicke. Ich finde das echt lecker. Also irgendwie, keine Ahnung, ob ich mal zum großen Bier los habe oder was. Ich gehe es nicht. Das ist super mild. 5,0er Pilz, 0,5 Liter. 65 Cent. Ohne ja, ohne Pfand. Ja. Das wäre eins von den günstigeren dann. 65 Cent ist ja schon billig. Heutzutage. Special Points beim 5,0 Original. Der Preis. Aber das andere, das ist nicht so meins. Ich finde es ja nicht stylisch. Sieht das aus. Nee. Nicht in den Spezialpunkt. Ja, in den Spezialpunkt. Das ist, also diese 5,0er, das ist halt so, die Säure, die kommt, kriegt eine leichte, 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 leichte Herbe und leichte bittere Note kriege ich auch, aber minimal. Das ist, das ist momentan für mich so wie jetzt, wie in letzter Zeit so das Wernisgrüner. Ach Quatsch, das Wernisgrüner. Ich meine das Hasseröder. Haben wir beide schon mal probiert? Könnt ihr euch mal angucken, die Videos sind hier jetzt hier oben verlinkt. Das Hasseröder, das stinkt bei mir momentan auch so ein bisschen ab. Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich bin ich zu verwöhnt. Ja, das soll ja Quatsch. Uwe? Ich denke nicht, nee. Na, das haben wir, damit haben wir ja auch... Naja, pass auf, das ist ein Durchschnittsbier. Ist nicht schlecht, ist auch nicht so gut. Bronze oder Silber, so scheint es mir. Ja, ich meine Bronze ist auch ein gutes Mittelklasse-Bier, ja. Das ist ja vollkommen legitim. Und war noch ein Bierwitz? Kirchenwitz. Heute war ich mit einem Freund in der Kirche. Auf einmal zündet er sich eine Zigarette an. Ich konnte das nicht glauben. Raucht er einfach eine Zigarette in der Kirche? Vor Schreck wäre mir fast mein Bier aus der Hand gefallen. Der war aber eine Dolle, wa? Nee, der war aber auch eine Dolle. Vielleicht muss ich hier... Pass auf, ich hab noch einen. Ja. Der passt dazu. Die Ägypter haben das Bier erfunden. Die haben ja auch diese riesigen Bierkeller gebaut. Die Bierermiden. Der Mann, der im Dorf das meiste Bier trinkt, ist der Biergermeister. Wer sein Bier bar bezahlt, ist ein Barbier. Und wer sein Bier auf Raten zahlt, ist ein Bierrat. Der hat den auch gleich im Niveau. Nee, ich fand den gut. Ja? Das ist am All. Was ist besser, Parkinson oder Alzheimer? Alzheimer. Besser ein Bier vergessen, statt dein Bier zu verschütten. Ja, ich jetzt. Bier-News, Bier-News. Was gibt's denn Neues aus der Welt der Biere? Die Bier-News. EM 2024, wo findet die Stadt bekanntlich? Natürlich in Deutschland. Britische Regierung warnt Fans vor deutschem Bier. Weil sie jetzt so eine Luschen sind, wahrscheinlich. Berichtet BR.de am 08.02.2024. Fußball und Bier lassen sich bei so manchen Fällen kaum auseinanderdividieren. Kann man ja nicht verstehen. Ein Hinweis in den Reisewarnungen des britischen Außenministeriums zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland sorgt nun für Spott bei englischen Fans. Die scheinen auch keine dollen Außenminister zu haben. Das Außenministerium in London hat vor der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland in diesem Jahr davor gewarnt, das Bier im Gastgeberland zu unterschätzen. Ja, das ist richtig. Bier kann stärker sein als im Vereinigten Königreich. Also trinken Sie verantwortungsvoll, kennen Sie Ihr Limit und respektieren Sie die lokalen Gesetze. Hieß es in einem Punkt unter Mehreren auf der Webseite des Ministeriums zu Reise- und Sicherheitshinweisen an britischen Fans gerichtet. Gewarnt wurde auch, der Zutritt zum Stadion könne verwehrt werden, wenn man zu viel getrunken habe. Nicht zuletzt steht das auch so in der Stadionordnung der UEFA. Viel Lärm nach Bierwarnung. Teilweise rief die Warnung verehrte Reaktion hervor. Zu einer Zeit, wenn es so viele ernsthafte Probleme gibt, mit denen das Außenministerium zu tun hat, hinsichtlich des Friedens weltweit, sollten Kommentare über deutsches Bier die kleinste Sorge sein. Zitierte die Boulevardzeitung Sissan den konservativen Abgeordneten Kevin Foster, ein Vertreter des britischen Steuerzahlerbunds Taxpayers Alliance, sagte dem Blatt, Briten, die in Berlin ein Bier genießen, brauchen keine Lektion von Spaßbremsenbeamten. Keine bayerischen Bier in den Stadien. Laut der Organisation DrinkAware haben Bier, die in Großbritannien zu Hause konsumiert werden, einen durchschnittlichen Alkoholgehalt von 4,6%. Ich glaube, in Deutschland sind es 4,8%. Die beiden beliebtesten deutschen Biersorten Pilz und Helles haben dem deutschen Brauerbund zufolge einen Alkoholgehalt zwischen 4,5 und 5%. 4,5? Und 5. Hast du jemals ein Bier von 4,5% getrunken? Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich hätte jetzt höchstens gesagt, die Amis brauen so ein Zeug. In den Stadien und den Fanzones der Euro 2024 wird übrigens kein bayerisches Bier ausgeschenkt. Das offizielle Bier zum Turnier stellt eine Brauerei aus Rheinland-Pfalz. Was wird das sein? Können einige sein. Also mehr dazu zu dem Artikel. Wer noch mehr wissen will, der Link hier unter dem Video einfach anklicken und dann kommt er da hin. Und ist das Bier zu stark, bist du zu schwach? Ja, so ist das. Genau. Also ich denke mal, das Außenministerium wird sich nicht umsonst da Gedanken machen. Eigentlich müsste das Gesundheitsministerium da auch nochmal drin rumrühren, weil es ist ja nicht gesund. Wenn man das nicht verträgt, als Engländer deutsche Bier zu trinken. Da würde ich auf jeden Fall vorhin in der Theorie in die Praxis geben und Verkostungen durchführen. Um auf Nummer sicher zu gehen. Ganz einfach. Zwei englische Biere haben wir schon getrunken. Dennis und Kilkenny. Ich weiß ja nicht, Kilkenny ist das. Kilkenny ist ein irische. Irische, ja okay. Ja. Entschuldige bitte. Ja, und ich weiß ja nicht mehr, Dennis, wie viel hat das gehabt? 5,6 oder so. Müsste ich lügen, müsste ich nochmal gucken. Auf jeden Fall war es lecker. Also halten wir fest, das Außenministerium in London scheint genauso qualitativ hochwertig zu sein wie Deutsche. Na, ich würde sagen, keiner kann die Qualität der deutschen Politiker toppen, bezweifeln, dass das irgendein Land hinkriegt. Okay, ja gut. Denn wir haben ja da oben nur qualifiziertes Personal. Ja, das hängt. Die sind so qualifiziert, die brauchen noch nicht mal eine eigene Ausbildung. Nimm ich wieder zurück. Die kommen auf die Welt schon fertig ausgebildet. Die sind perfekt geboren. Ja eben. Die haben einfach Talent. Deshalb haben sie ja, wenn sie ins Parlament kommen beziehungsweise in den Bundestag, dann haben die ja schon 25 Jahre Berufserfahrung. Ja, die 18-Jährigen vor allen Dingen. Na, ich sag dir doch, das läuft. So. Wann ist mein Uwe? Na ja, wenn in Heiken verschluckt jetzt. Also, kein Uwe. Was? Na, sag mal. Na, du hast, da wird man durstig, wenn man dir zuhört. Hat er jetzt überhaupt den da mitgeschrieben? Na, sicher hat er mitgeschrieben. Schriftführer vom Angelverein. Kein Uwe. Kein Uwe. Kein Uwe. Weckkopfhaktor? Nö. Will ich auch nicht. Auch, also, es gibt hier drei verschiedene, ja? Könnte sogar fast, äh, ob das noch Bronze ist oder schon Silber. Das wird eng. 17. Nö. Ich zähl noch mal. Bronze. 12. 13. 17. Also, 17. Bronze. Mittelklasse. Übrigens, wen es interessiert, unsere Bronze. Punkt sind zwischen 13 und 18 Punkte angesetzt. Also, schon oberes Bronzebier. Mittelklasse, nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich Billiges. Genau das Richtige für flüchtige Bekanntschaften. Wir haben 65 Cent plus 25,90. Also, quasi 65 Cent. Das ist in Ordnung, das ist gut, das ist im Mittelmaß. Kann man sich auch mal so gönnen, wenn man weniger als einen Euro hat. Ja. Ja, wenn ich kurz auf jeden Fall kaufen will. Fünf gut. Ich lasse gerne meins stehen. Kannst du immer mehr kaufen. Du lässt ihn stehen? Und dann passt das. Gut. Vielleicht hole ich mir das, was wir als nächstes anteasern. Ja, warten. Fängt mit Ö an. Das ist ein Ö-Inger. Was denn? Ein Pilz? Ö-Inger. Nein. Nein, ich würde lieber erstmal den Export nehmen. Wenn ich das schon sehe, hier mit dem Rand und alles. Ach, Geil. Endlich. Endlich. Bleib ruhig. Bleib ruhig. Endlich. Ich freue mich schon richtig. Die nächste Folge unbedingt abonnieren. Sonst verpasst du nicht mehr das Video. Ich sag dir, wenn wir das trinken wollen, dann müssen wir das aber in der Tüte verstecken. Das hat die Leber schon gesehen, Alter. Die Freude waren. Das wird nicht mehr. Das hat die Leber schon gesehen. Das hat die Leber schon gesehen,